Ich muss zugemacht werden, wegen den Cats. Aber es war eine geile Brise. Und diese Brise, die ich meine, nennt sich Wind. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Kann ich mich hochziehen? Hier! Oh, das war jetzt aber ganz schön. Nein, was? Und dann gleich kommt Sexy Time. Oh, hot, 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 hot! Hat er auch gesagt. Ja, habe ich auch gedacht. Und dann habe ich gespürt, wie haarig deine Beine sind. Und dann hatte ich keine Lust mehr. What? Autsch. Ja, das hat richtig... Wir bleiben hier im Skript. Es wird gekocht, was auf den Tisch kommt. Was? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das ist Ansichtssache. Na toll. Jetzt fängt sie so an zu weinen, weil ich sage, das ist Ansichtssache. Na toll, sie hat gesagt, das ist Ansichtssache. Äh, was habe ich verpasst? Die Marina kommt ja gar nicht klar. Also letztens, als du eingeschlafen bist... Oh Gott, please, no, no! Hast du im Schlaf geputzt? Nee, danke. Nee, danke. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Nee, ich brauche... Ich glaube, ich brauche Hilfe. Kannst du mir helfen? Nein, 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 nein. Gleich erst. Gleich, gleich, gleich. Wenn der Mais reif ist und die Zeit gekommen ist, um zu helfen. Okay. Ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich.